Wart, die geben wir halt aufeinander, dann spoilern. Ich könnte drücken. Ich hab gedrückt. Okay. Viel Spaß. Phase 1. Akama. Euer falsches Spiel überrascht mich nicht. Ich hätte euch und eure missgestalteten Brüder schon vor langer Zeit abschlachten sollen. Wir sind hier, um eure Herrschaft zu beenden, Illidan. Mein Volk und die gesamte Scherbenwelt werden frei sein. Gewagte Worte. Und doch bin ich unbeeindruckt. Die Zeit ist gekommen. Oh, jetzt muss ich die Typen nachkehlen. Hä? Leil? Ihr wisst nicht, was ich war. Wir sind ein Raid. Ah, umgekehrt, wir sind der Raid-Boss. Ja, richtig. Ich werde mich um diese Bastarde kümmern. Schlag zu, Freunde. Greif den Verräter an. Erstmal auf die Dudus. Nee, auf die Heiler. Immer auf die Heiler. Ich finde das sogar geil, dass sie das mit Pull-Timer gemacht haben, ne? Mit Marks und Pull-Timer. Es ist einfach zu gut. Und die Frage so, wer hat Agro gezogen? Wie gut, ey. Lock den Tank weg. Ich bin, glaube ich, ein schlechter Elite-Dunton Raid. Haben wir schon jemanden gekillt? Ich habe fast alle tot. Was hast du gezündet? Die Eins. Immer nur die Eins? Die Eins ist ein ganz guter Zauber. Damit ziehst du die Randler gut runter. Und vor allem bin ich erst auf die Heiler gegangen. Ja, ich versuche auch die ganze Zeit die Heiler. Da ist noch eine Eule. Da ist ein Paladin. Was denn da ist noch ein Heiler? Weg damit. Ich habe eine Wache. Phase 3. Ja, ich habe auch jetzt Phase 3. Azinoth. Ja, habe ich auch gerade überlegt. Hat er damals echt gesagt, dass die Azinoth sind? Okay, was ist das? Jetzt musst du die ganze Zeit auf die Typenhörer was schmeißen. Ah, jetzt machen wir den Raid platt. Aber irgendwie fehlt mir so ein bisschen das, was Sladekirr gesagt hat. Da hinten ist ein Paladin-Heiler. Mal den Paladin platt machen. Aber der Paladin ist tot. So, da hast du noch ein Dudu. Dudu, komm her. Schöne Raids erlegen hier gerade. Fühlt euch. Fühlt das, was wir damals durchmachen mussten. Ich mag das aus der Sicht des Raid-Bosses. Boah, ich habe 90% auf Raids verdichtet. Sehr schön. Ja, ich habe auch 90%. Ich möchte nun meine Klingen schmecken. Kommt zu mir, Keuch, Papi. Wie viele stehen denn da noch? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ich habe noch acht Fücher, Schöp. Ich habe noch vier. Er zittert vor der Macht des Dämonen. König, yeah. Ja, auf geht's, Phase 5, auf geht's. Da ist noch ein Heiler. Den müssen wir wegmachen. Bam, tot. Da wurde einer gerätzt. Das war der Heiler. Da ist der Letzte. Da sind noch zwei Heiler. Da sind noch zwei Heiler. Schattenpriester. Hier sind ja auch noch welche. Ah, aua, 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 aua. Du, wir sterben. Guck mal, der Priester versucht abzuhalten. Scheiße, ich bin tot. Den Priester kenne ich doch. Der Priester ist hier. Ah, jetzt haben sie mich getötet. Verdammt. Der Raid hat es mich geschafft. Warst das schon Sterbliche? Wollte ja sagen, das Ende kennt ihr doch. Ist das alles, was ihr zu bieten habt? Ihr Zorn ist nichts im Vergleich zu dem meinen Illidan. Wir beide haben noch eine Rechnung offen. Maiev, wie kann das sein? Oh, endlich ist meine lange Jagd zu Ende. Heute wird die Gerechtigkeit obfiegen. Na dann, komm mal her, hier Maiev. Geh mal Maiev auf die Fresse. Ich kann euch mal, es war die Kleine hier platt. Ja, wollte gerade sagen. Ja, ja, mal den Heiler hier, den kann nicht wahr sein. Komm her, du scheiß Highlight. Habe ich noch jemanden anders? Ne, ich habe nur noch Maiev. Ich bin fast tot. So, Highlight down. Ja, Maiev kannst du auch nicht kaputt machen. Ne. Kannst du überhaupt nicht keinen Schaden an der Frau machen. Haben wir überhaupt noch einen Heiler? Naja. Ich mach einfach den Raid kaputt, ist mir egal. Maiev krieg ich sowieso kaputt. Ich bin tot. Der Raid schlägt wieder auf. Okay. Passiert jetzt noch was? Ich bin geschlagen, ich darf nichts mehr machen. Passiert bei dir denn noch was? Ne, ich habe jetzt Sequenz. Okay, dann warten wir noch mal ein bisschen. Vielleicht muss auch gerade der Raid wieder belebt werden. Ach, da kommt Sequenz. Ich enthebe euch, alter Kommandos. Ja, mich verstoßt. Ihr seid unsere letzte Hoffnung. Ihr seid unsere letzte Hoffnung. Ihr seid ihr seid. 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 Was habt ihr seid? Was habt ihr seid? Dieser Pfad erfordert Opfer. das war geil Jo, sind wir da raus. Verschlossen, ihr müsst euch nun fragen, wie weit seid ihr bereit für die Euro zu gehen? Tja, wie weit sind wir für unsere zu gehen?